Guten Morgen. Ich bin so aufgeregt. Da ist er. Das war so klar. So, wir fahren jetzt erst noch mal hier zur Blumenfabrik Gatterei. Einfach weil es so eine wundervolle Züchterin ist. So mit Herz bei der Sache. Wirklich die Wurfkiste neben dem Bett gestanden. Und wie krass das einfach ist. Was das für die bedeutet. Alle zwei Stunden am Anfang wach gewesen. Die ganze Nacht gewartet, bis die Welpen auf die Welt kamen. Bei der Geburt geholfen. Und im Nachhinein dann auch nur vier Stunden zu schlafen. Ey, Wahnsinn. Übrigens haben wir vier Monate auf diesen Tag gewartet. Vier Monate. Jeden Tag im Kalender abgekreuzt. Wir sind jetzt so gut wie da. Ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Nein, du doch nicht. Der brüllt ja alles rum. Brüll es raus ist sein Motto. Stimmt nicht? Doch. Ach, Scheiße. Guck mal, wie geht's denn hin? Guck mal, wie geht's denn hin? Guck mal, wie geht's denn hin? Ja, schade. Hallo. Hey. Guck mal, wie geht's denn hin? Ja, das ist er. Ganz genau. Ach, das ist schön. Schade. Mh. Oh, mir meinst du jetzt. Mh. Oh Gottchen. Mein Kollege. Das kommt ja gar nicht rüber auf den Bildern. Auf den Bildern, wie süß die alle sind. Boah. Unfassbar, ne? Ja. Und da ist einfach schon alles dran, obwohl die nur so klein sind. Und die können schon richtige Häufchen machen. Hahaha. Das klappt auch schon, alles hervorragend. Der ist so ein Traum. Mhm. Der hat auch den Penis. Genau. Der mit dem Schniepi, das ist eurer. Oh. Kleiner Stinky. Kutschen. Hallo, Schötermann. Kleiner Stinky. Jetzt hat einer Häufchen gemacht, oder? Gepupst. Häufchen wird man nicht sehen. Haha. Ja. 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 compañische Musik. Hallo. Hallo. Hallo, Charaman. Ja. Ja, hallo. Oh, du bist der Luka. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020